Bürger der Konfederation, ich grüße euch. Die CSS Tyrant hat frisch den Befehl bekommen, die Darcy verlangt zu herbarieren. Dort waren wir ja das letzte Mal noch dem Rätsel auf dem Rundgang, was sich dahinter versteckt. Und das werden wir herausfinden. Ansonsten geht weiter hier die Eroberung dieses Bereiches. Wir werden hier in diesem Bereich weiter stark vordringen. Hier oben Wacker werden wir uns sichern. Und auch hier oben haben wir noch Bestrebungen. Hier unten wird nach Bazaan unsere Ausweitung enden. Das Problem dürfte einfach sein, diesen Bereich dann abzusichern. Das können wir mit unserer Flottenstärke aktuell nicht abbilden. Von daher müssen wir uns leider darauf begnügen, hier bei Bazaan zu stoppen. Ansonsten geht es weiter. Wir haben unseren Energiemangel wieder im Griff. Verbrauchsmaterial ist ein bisschen knapp, aber es geht noch. Legierungen bauen wir ja aus. Bevölkerungswachstum muss weiter vorangetrieben werden. Clayton Marsh ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Ist er hier noch aufgeführt? Leider nicht. Ja, natürlich schön gewesen zu wissen, was er nur genau gemacht hatte vorher noch. Ähm, ja, was Robben. Halte das traditionell. Eine tiefe Trauer hat die Öffentlichkeit erfasst, als sie die Nachricht vom Ableben von Clayton Marsh verbreitete. Unzählige haben sich dem Trauerzug auf der Erde angeschlossen, um Clayton Marsh mit dem traditionellen Bestattungsrieten die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam wurde sorgfältig gereinigt und geschmückt, bevor der verstorbene Beamte zur letzten Ruhe gebettet wird. Wird in unserem ganzen System als Zeichen des Respekts eine Schweigeminute eingelegt. Das ist unser Weg. Monatliche Einigkeit plus 15 Prozent, Stabilität plus 5 für 5 Jahre. Oh, Clayton Marsh, der war dann auf irgendeinem Planeten. Sirius Secundus, könnte es gewesen sein. Ach Gott, ich habe noch so viele Planeten ohne Beamte. Altair. Arbeitslose Einwohner. Das müssen wir uns mal gleich angucken. Diplomatische Konferenz. Captain Hoshisato meldet sich von unserer Expedition. Während wir im Weltraum unterwegs waren, wurden wir von einem unidentifizierten Reich und einem unidentifizierten Reich kontaktiert. Zwei rebellisierende Reiche, die immer näher an den Rand eines Krieges rücken. Wir wurden gebeten, eine Konferenz zwischen den beiden Seiten zu organisieren, um die Region zu stabilisieren. Wir wollen ja... Guck mal, Hoshis hat uns zugezwinkert. Die ist bereit, Gebieten anzuhelfen. Also, dann will ich mal sehen, wie sich Hoshis in so Punkten schlägt. Es scheint, dass sowohl das Erste als auch das Zweite Reich von Hoshisato zu Friedensgesprächen an Bord des Schiffes von Hoshisato überredet worden. Veranstaltet die Konferenz. Nach einer Reihe intensiver Gespräche mit beiden wurde ein wichtiger Durchbruch erzielt, der die Beziehung zwischen beiden Ländern deutlich verbessert hat. Der Abgesandten beider Seiten würdigen die Arbeit von Hoshisato, die einen großen Einfluss auf den Erfolg der Gespräche hatte. Exzellent. Ja, guck mal. Wir erreichen mehr... Liranisches Sternenimperium und Preen waren die beiden Fraktionen. Wir wüssten ja eigentlich dadurch, dass wir die Konferenz geleitet haben, ein bisschen was über die Erfahrung haben. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ach, guck mal hier. Wohl, Kazoo haben wir ja schon ein zweites Schiff entsandt. Erstkontakt mit Grazer Herdenrad. Eure Art wird unsere Einigkeit nicht bedrohen. Offenare... Ach, hier war Clayton March. Sklavenmagistrat. Über die Zufriedenheit der Sklaven. Ratsmitglied monatlicher Einfluss plus 5% Vertrauens-Obergrenze erweitert. Einfluss, Vertrauen. Einfluss, Vertrauen. Monatliche Einigkeit plus 10%. Aber schon Staatsminister. Was hätten wir hier noch? Nichts Interessantes. Sie ist jünger. Sie können den Posten wesentlich länger beitragen und deutlich aufsteigen. Komm. Ping-Tan wird Sklavenmagistrat. Sie hat noch viel zu lernen, aber ich sehe da eine große Zukunft. Geht's voran? 32%. Wie geht's hier unten voran? Ein Planet danach noch. Das Bauschiff steht bereit. Ach guck mal, die Gardeflotte können wir aufrüsten. Was machen wir mal? 6100 aktuell. Hier können wir auch aufrüsten. Hier müsst ihr euch zurückziehen zum Aufrüsten. Alles okay. Zwei Stufenaufstiege. Giovanni Gorsini. Giovanna. Giovanna. Entschuldigung. Gorsini ist aufgestiegen. Ist unten im Basar gerade am Erkunden. Ja, bringt uns beides nicht so wirklich viel. Rosa. Der Rosa ist aufgestiegen. Die Gute ist Staatsminister und regiert Alpha Centauri bei einem. Hm. Unterhalb Bewohnern. Minus 5% Handelswert. Oh, Berater. Ah, es ist gut. Das ist richtig gut. Du bist da unterwegs. Du hast keine Befehle. Du kannst hier eine Bergbaustation bauen. Du hast auch gerade keine Befehle. Ach, das Schiff kümmert sich darum schon. Dann baue ich hier eine Forschungsstation. 4000 Stärke hatte. Kristallwesen. Gucke mal an hier. Militär macht 4072. Rumpfstärke 50.000. Ja, es kann sich das wenigstens keiner sichern in der Zeit, wo wir da noch nicht hinkommen. Man muss auch immer das Positive sehen, ne? Und mit dich werden wir mal entsenden. Und das System zu erkunden, dass wir vielleicht hier einen Schluss machen. Du hast nur noch 5 Befehle. Du kannst da einfach weitermachen. Das ist 58%. Das ist sehr gut. 6900. 7000. Oh, die Stärke. Es geht nach oben. Die geht nach oben. Flotte 1600 jetzt. Die ist auf dem Weg zum Upgrade. Die erste Erdflotte können wir auch mal verbessern. Flaggschiff. Drei Jahresmission. Jahr 1. Diplomatischer Gesandter. Wir wurden gebeten, einen diplomatischen Gesandten dienst zwischen zwei Spezies zu leisten, die seit vielen Jahren verfeindet sind. Als in einem großen Kammer vor dem Anführer, der Außerirdischen steht. Okay, als Hoshi Sato in einer großen Kammer vor dem Anführer, der Außerirdischen steht, der wissen will, warum sie ein Angebot von ihren Rivalen annehmen sollten. Versuche einen diplomatischen Ansatz. Das hat bei Hoshi schon in der Vergangenheit gut geklappt. Vesseln sind aufgerichtet. Physikforschung abgeschlossen. Wir könnten ein astromoethisches Labor und die Forschung verbessern. Traktorstrahl, das ist so ein Basic, das sollte man eigentlich haben. Wir sind bei Stationen jetzt ein drüber. Dadurch kostet uns ja Spaß ein bisschen mehr, aber müssen wir erstmal durch. Müssen wir durch. Diplomatischer Gesandter, die diplomatischen Fähigkeiten von Hoshi Sato sind beeindruckend und es gelingt ihnen erfolgreich mit den Außerirdischen Anführern zu verhandeln. Es scheint, als ob ein Durchbruch erzielt wurde und die ersten Schritte zur Aufnahme eines Dialogs erreicht wurden. Ausgezeichnet. Ja, Hoshi als Sprachtalent ist natürlich für sowas prädestiniert, ne? Gut, hier haben wir alles ausgebaut. Langstreckenforschungsschiff Prototyp. Präsident Arik Sung, mein Name ist Charles Tacker III. Und ich habe das Design-Team an Bord des neuen schweren Erkunders der Columbia-Klasse geleitet. Hier gewonnenen Erkenntnisse können auf alle bestehenden und zukünftigen Explorer-Vorbildschiffe übertragen werden. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Prototyp vollständig ist und uns eine Reihe potenzieller Anwendungen bietet, die einzigartige Art und Weise, wie unsere Schiffe hergestellt werden, verändern könnten. Bitte teilen Sie uns mit, welche der folgenden Wege Sie uns zeigen möchten. Ich würde hier auf eine verstärkte Hülle setzen. Das Trägerschiff der Sarajevo-Klasse ist zur Ausmisterung vorgesehen. Okay. Truppentransporter 2, neuer Schiffstyp Entdecker, neue Überholung Columbia Überholung. Neue Forschung, Unterhalt Sternenbasen minus 5%. Wäre natürlich aktuell das Interessanteste. Sternenbasen Stufe 2. Also werden wir da mal rein investieren. 89% dann haben wir die Darcy Verlangs endlich mal erforscht. Das gefällt mir nämlich gar nicht, dass die einfach so wild erforschen. Wer bist du hier? Hatten wir schon ausgewählt. Plus 4 Befehle noch. Ah, du baust mir hier das Drellium ab. Drellium. Plus 9. Die Bemühungen, die Funktionsweise der Darcy Verlangs zu verstehen, wurden eingestellt, nachdem die CSS Tyrant eine Reihe von seltsamen Phänomenen erlebte. Mehrere Komponenten des Schiffes wurden durch primitive Gegenstände und Werkzeuge ersetzt. Und die Veränderungen am Schiff scheinen sich zu häufen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Anordnung selbst dafür verantwortlich ist. Er versucht eine Lösung zu finden. Da es nicht gelangt, den Materialaustauschprozess aufzuhalten. Der die CSS Tyrant langsam in eine primitive Stadtumgebung verwandelte, wurde das Schiff mit allen Händen zerstört. Nachdem die Anti-Materie-Eindämmungssiegel in ein paar Palmen verwandelt worden waren. Das ist eine Katastrophe. Lisa von Gebsor starb. Sarah Klein ist aufgestiegen. Äh. Als Forschungsleiterin. Gut, wir verbessern wieder ihr Posten als Forschungsleiterin. Oh, das hat wehgetan. Das hat mal richtig wehgetan. So, die NX-Klasse können wir überall zur Columbia-Klasse umbauen. Mal spannend, hier oben haben wir 7500 Kampfstärke. Endeavor und Columbia brauchen wir nicht umbauen. Die haben schon die entsprechende Stufe. Hm? Ah, die Columbia ist NX-02. Na gut. Hätte gedacht, die Columbia hat die Columbia-Klasse. Ja, man kann sich immer mal hören. Sieht soweit aber ganz gut aus. Du hast noch der letzte Befehl. Blauer. Das System will ich gerne haben. Kannst du schon mal dich hier hin bewegen. So, Forschungsstation bauen. Verschwundener Wissenschaftler. Einer der Wissenschaftler, der im Beobachtungsposten über Al-Rijif arbeitet, ist als vermisst gemeldet worden. Sie hat an einer Geheim-Mission zur Sammlung einiger Proben von der Oberfläche des Planeten teilgenommen. Ist aber nicht mit dem Rest ihres Teams zum Shuttle zurückgekehrt. Damit wir die Zivilisation nicht alarmieren, haben wir bisher nur eine eingeschränkte Suche durchgeführt. Hatten damit aber keinen Erfolg. Sucht weiter. Die Orione haben Assoziationsstatus bekommen. Ehrlich gesagt finde ich das jetzt nicht gerade sehr angenehm. Rigi. Rigi. Das war doch hier oben, oder? Oder war es doch hier unten? Rädern. Stimmt. Ja, wo ist der? Rigi. Rigi. Peleriten. Das System haben wir gut abgeschnitten. Ach, das System ist vollständig erkundet. Sternenbasis bauen. Und du wirst erst mal hier die Konferenz bearbeiten. Und dann werden wir auch dich entsenden. Und dann werden wir auch dich entsenden. Er hat jetzt nicht wirklich einen großen Schub nach vorne gebracht. Er hat jetzt nicht wirklich einen großen Schub nach vorne gebracht. Sehr schön. Wir sind hier weiter vorangekommen. Acker müssten wir auch fast durch sein. Ah, guck mal. Da hätten wir nochmal einen Planeten, den wir uns sichern könnten. Sternenbasis bauen. Du hast hier zehn Befehler. Zehn Befehler. Zehn Befehler. Ugo, ihr habt alle noch gute Arbeit für euch. Oshii ist noch eine Weile weg. Da haben wir die Aquinox. Pytheas. Emperor's Will. Wo ist denn das? Flaggschiff. Die Nemesis und Predator. War dieser von Gebsen auf der Bismarck? Ja, bei den Goren, das clasht bald. Hier stellen immer wieder Ansprüche. Die ich nicht erfüllen will. Ach nee, hier ist das Flaggschiff. Ist aber okay, das passt eigentlich ganz gut. King'n Tarn ist aufgestiegen. Fangsverwachsenanführer. Plus fünf Prozent. Das ist doch ein sehr guter Fortschritt. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Forschungsschiffe auch bald mal upgraden. Wird eigentlich dringend Zeit. Aber wir haben ja noch das Problem, dass wir zu wenig Kapazität haben, um in der Nähe. Flaggschiff. Drei Jahresmission. Ja, zwei. Die Gejagten. Unsere Expedition hat sich mit Delegierten des Volkes von Angosia III getroffen, das sich gerade von Tarsianischen Krieg erholt. Über den Krieg ist wenig bekannt, aber es wurde vermutet, dass beide Seiten verbesserte Soldaten einsetzten, um den Krieg zu führen. Präsident Arek Sung, wir wurden von einem ehemaligen Soldaten aus dem Tarsianischen Krieg kontaktiert, der in die Konforderation der Erde um Asyl bittet. Er behauptet, dass alle ehemaligen Soldaten aus dem Krieg bis zur Hinrichtung weggesperrt wurden und dass er nur die Chance haben möchte, ein eigenes Leben zu führen. Wir könnten ihm Asyl in unserem System anbieten, aber das könnte die Angosianer verärgern. Voll ausgebildeten Soldaten. Wie vermutet, hat die Gewährung von Asyl für den ehemaligen Soldaten die Angosianer verärgert, die nun die Rückkehr ihres ehemaligen Soldaten fordern. Wenn sie dies nicht tun, werden sie Vergeltung üben. Schild hochfahren! Die Angosianischen Schiffe waren der Feuerkraft unserer Schiffe nicht gewachsen und haben die Angriffe abgebrochen. Der Premierminister von Angosia III erklärt, dass wir den ehemaligen Soldaten mitnehmen dürfen, es aber in Zukunft kein Bündnis zwischen unseren Völkern geben wird. Es wäre klug, diesen Sektor sofort zu verlassen. Begrüße den General auf der Erde. Gleich mal nachsehen, was er für Fähigkeiten hat. Feldurm den Adaska! Militärflotten-Effekt, Moralschaden, Armeen plus 20%, Soldaten, Angriffsarmee plus 20%, Moralarmee plus 20%, Armeeschaden plus 7%. Schaden gegen Sternenblasen plus 30%, Er wird natürlich Sicherheitsoffizier. Ich bin ja bereit, solche Leute aufzunehmen, wenn sie mir einen Mehrwert bieten. Auch Sklaven haben das Recht aufzusteigen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Er wird natürlich eine Flotte kriegen. Wir müssen ja auch Altlande-Operationen durchführen. Ja, wir sind auf Maximum. Er wird erstmal... Feldkommandant auf der Erde. Welch Ehre, mein Freund, welch Ehre. Das dürfen nicht viele von sich behaupten. Gut, da können wir nicht mehr machen. Können wir aus den Sachen Forschung. Seltene Forschung haben wir nichts. Wir setzen natürlich wieder auf Ingenieursforschung. Und hauen da einen Schwerpunkt rein. Würde ich ja gerne den Flotten hinzufügen. Ist aber auch ein bisschen aktuell. Das war mir jetzt mehr Juxer, ich das nochmal gebaut habe. Brauch machst du unbedingt? Nee, eigentlich nicht. Schau mal, hier können wir nochmal verbessern. Oh, die Flotte ist auf volle Stärke. Du hast keine Befehle, dann kannst du nochmal Bergbaustationen bauen. Alter, ihr 6, wie sieht's aus? Dienstleistungen, aber dafür bauen wir ja noch das Unterhaltungszentrum. Und das passt dann schon. Alter, ihr lohnt sich wirklich. Das lohnt sich. So, sie kümmert sich um die Konferenz. Danach geben wir Risiko ein und versuchen es nochmal mit der Darcy Verlangs. Wir können eigentlich, wir haben ja Anomalien. Farbiges Gift. Die giftige Biosphäre vom Pool 3A gibt dem Planeten ein einzigartiges Farbschema. Wir entsenden mal Sauer Klein. Nein! Unser Beamter, Ari Xung, ist im Alter von 95 Jahren im Dienst des Reiches verstorben. Das Volk verlangt eine Gedenkfeier, um den Beitrag dieses Anführers für die Konfederation der Erde zu würdigen. Ein großes Fest wird allen einen Abschluss bieten und unsere Ideale stärken. Er plant natürlich eine große Parade. Eine riesige Militärparade und ein Überflug durch die Raumflotte markierten die Ankunft des Sargs von Ari Xung an seiner letzten Ruhestätte. Abschließend wurde sein Leichnam im Zuge einer reichsweiten Übertragung in den nächstgelegenen Stern geschossen. Die Strategien und Logbücher des Anführers werden Teil des Lehrplans für die nächste Generation an Kadetten werden. Ein würdiger Abschied. Das ist schon hart. Ich würde aktuell, trotz der großen Trauer, in der wir uns befinden, sagen, Charles Tucker III. Er ist als Kriegsminister geradezu prädestiniert, diesen Posten zu übernehmen. Er hat seine Kleidung abgelegt und ist jetzt unser neuer Präsident. Ich bin unsicher, ob ich begeistert bin. Jetzt machen wir hier einen Aufstieg. Logan Black. Der ist 102, den brauche ich dafür auch nicht mehr nehmen. Kriegierte Luna. Vereiniger. Hier Chloe Becker. Die hat aber nichts für ein... Wir brauchen einen neuen Kriegsminister. Deswegen gucke ich auch mal bei neuen Kandidaten nach. Aber da haben wir nichts interessantes dabei. Wir hätten halt Logan Black. Der Mann ist aber auch schon 102. Und hat keine Effekte, die uns groß was bringen würden. Vellet hier. Naja, das bringt uns auch nichts. AJ Robinson ist auf 94. Balthazar Edison ist 89. Auch eine, die noch wenigstens ein paar Tage oder einen, der noch ein paar Tage vor sich hat. Ich könnte ja drauf setzen, dass zum Beispiel die Chloe Becker noch dazulernt. Die ist 38. Wir nehmen Chloe Becker. Das bringt uns akut jetzt noch den riesen Vorteil, aber die kann ja noch lernen. Dann haben wir die Gardeflotte. Die braucht natürlich einen neuen Kommandanten. Das wird auch die Chloe Becker. Und jetzt haben wir das Problem, da Charles Tucker III. natürlich die Flotte unheimlich gestärkt hat. Musste natürlich verkleinert werden. Die NX-Klasse ist jetzt raus. Das ist jetzt nur noch eine eher kleine Flotte. Können wir nämlich auch auf die Flottenverwaltung gehen. Gardeflotte. Können wir noch mal einen NX-Shift dazusetzen. Nehmen es mal raus. Müssen warten, bis wir da einen erfahrenen Kommandanten für haben. Können wir es tauschen mit jemandem. Ah, das ist natürlich jetzt. Veldium Saga. Das kann man nur übernehmen. Chloe Becker kriegt die andere Flotte. Das wird die zweite Erdflotte. Wir brauchen sie eh. Unser Kriegsminister kriegt die Erdflotte. Guck mal, drei Schiffe der NX-Klasse. Wird hier unten stationiert erstmal. Wie lange brauchst du denn für die diplomatische Konferenz? Verdammt nochmal. Was ist da? Diplomatische Bemühungen. Bei der Konferenz über Wondem. Wondem. Wurden die Erwartungen übertroffen. Beziehungen zwischen Konfederationen der Erde. Und irgendwie im Unbekannten wurden verbessert. Ach, Orioner. Sehr schön. Wir haben hier jetzt sogar ein Austauschprogramm mit den Orionern. Schai Ruhr. Ach guck mal, Ärzte-Produktion plus 20% Sozialforschung erhöht. Für das Sektorkommandamt, wie sieht es eigentlich mit den Sektoren aus? Da haben wir nämlich noch einen offenen Platz. Können wir nämlich mal sie einsetzen. Haben wir nur eine Kolonie drin in dem Gebiet. Wo ist okay. Das ist okay. Das wird sich bald ändern. Oh, Tantalus. Coole Bilder. Tantalus Prime. Nein. Wir erweitern den Sektor mal. Ach, hier unten komme ich gerade dran. Komm ich schnell dran. Ja, wir haben einige Gebiete, die außerhalb unserer Sektoren sind. Das ist aber, müssen wir mal leben. Oh, er ist fertig. Kann dann hier Werkbaustationen bauen. Wir können auch hier. Oh, wir müssen da mal raus. Wir haben hier einen Beobachtungsposten. Ach, sind worbfähig. Hm. 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 Da müssen wir mal ran. Wir schalten mal den Sektoren-Karten-Modus aus. Dann gucken wir mal wie es weitergeht. Robert April ist mit dem Flaggschiff bald da so weit, dass wir das nächste System uns sichern können. Hier unten sichern wir uns wieder ein neues Gebiet. Ist gut. Oh ne, erst die Sternenbausbau. Die sind nämlich auch da am erforschen. Sarah Klein wird sich dann gleich weitermachen, wenn sie hier durch ist. Och guck mal, das lohnt sich. Die Lithium, Popalin, Handelswert, Physikforschung, Mineralien. Das System brauchen wir unbedingt. Ja, ich sag mal, wir sind groß, aber sehr zerpflückt. Wir müssten eigentlich anfangen zu begradigen. Hier Teleriten angreifen. Ja, Flottenstärke 1300. Das ist ja nix. 2500 Kampfstärke. Sehr schön. Wir haben hier unsere Sternenbasis. Kannst eine Beobachtungsposten bauen, dann können wir uns den Planeten nämlich sogar sichern. hinzu schon mal dahin. Und weiter geht's. Oh, mir da eine Sternenbasis. Ich will die alle haben, die Systeme. Das hat natürlich im Endeffekt Charles Tucker da abzuziehen. Der hatte halt natürlich eine unheimliche Schlagkraft mit der Gardeflotte. Was ich so dadurch viel größer machen konnte. Aber das kann man halt auch nicht ewig halten, sowas, ne? Hier, du, ist fertig. Diplomatische Konferenz. Captain Hoshi Sato meldet sich von unserer Expedition. Während wir im Weltraum unterwegs waren, wurden wir von dem unbekannten Reich und dem Ferengi alle ganz kontaktiert. Zwei rivalisierende Reiche, die immer näher an den Rand eines Krieges rücken. Wir wurden gebeten, eine Konferenz zwischen den beiden Seiten zu organisieren, um die Region zu stabilisieren. Hoshi kriegt halt Erfahrung. Also machen wir's. Ich hab ja Hoshi dahin geschickt. Gerade damit sie Erfahrung sammelt. Unsere langstreckten Sonden haben einen Planeten entdeckt, der einen genaueren Blick verdient. Unsere Wissenschaftler empfehlen eine gründliche Untersuchung des Planeten, um herauszufinden, welche Geheimnisse aufgedeckt werden können. Unsere Wissenschaftsteams freuen sich auf einen interessanten Start der Mission. Ja, das ist dein Kurs. Und du wirst hier unten das Spezialprojekt untersuchen. Kümmer dich mal um die Phalanx. Bei näherer Betrachtung birgt der Planet viele aufregende neue Entdeckungen, neue Arten, die bisher auf keinem anderen Planeten innerhalb unserer Grenzen zu sehen waren. Unsere Wissenschaftler können die nächsten Jahre damit verbringen, die neuen Entdeckungen zu untersuchen, aber wir müssen mit der Mission fortfahren. Ja, okay, sammelt mal. Hoshi Sato erhält 100 Erfahrungen. Es scheint, dass sowohl das eine Reich als auch die Ferengi-Allianz von Hoshi Sato zu Friedensgesprächen am Bord des Schiffes von Hoshi Sato überredet worden. Sabotiere die Konferenz. Lass sie Krieg führen. Diplomatischer Misserfolg. Als alle Parteien den Konferenzraum verlassen, ist klar, dass keine Einigung erzielt wurde und sich die Situation möglicherweise sogar noch verschlechtert hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit ein Frieden geschlossen wird, scheint nach dem Treffen in weite Ferne gerückt zu sein. Ach, die Prin, die Ferengi. Puh. So schön. Wissen Unruhe reinbringen in die Region, das kann ja nicht schaden. Du bist hier fertig, dann kannst du hier Beobachtungsposten bauen. Dann kannst du hier auch noch einen Beobachtungsposten bauen. Dann kannst du dich hier durchbauen. Konstruktion complete. Captain Giovanna Corsini ist in der Flotte der Ambo Jitsu Meisterschaftsliga-Tabellen schnell gestiegen und bereitet sich nun auf den aktuellen Champion Dominic Gaudier vor. Ja klar, ho rein, mach das. Gut, er hat verloren. Ja, ein paar Einschränkungen. Ich weiß manchmal nicht, warum ich die Kämpfe genehmige. Jutu Ishigawa. Der Kunde Wacker. Praktizierender Arzt. Wär schon nett. Komm, wir geben ihm mal den Titel. Vielleicht brauchen wir es noch. Robert April, da brauche ich das aber nicht. Da will ich gelehrter. So, du bist da unterwegs. Aber, was hier bei der Asti Phalanx rauskommt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Wir haben unser Gebiet wieder leicht erweitert. Die Dreijahresmission läuft. Wir haben einen schmerzlichen Verlust eingefahren. Charles Tucker III. ist unser neuer Präsident. Wir können immer noch zufrieden darauf blicken, dass unsere Feinde sich nicht miteinander verbünden. Und sobald uns der Raum ausgeht, wird es Zeit, einen neuen Krieg zu führen. Aber bis dahin sage ich nur. Gebt lang. Und in Sicherheit. Und rein. Gebt lang. Gebt lang. Gebt lang.